So, hallo zusammen. Ich würde heute gerne in dem Video einen weiteren Basisindikator vorstellen. Und zwar ist es der RSI, Relative Stärke Index oder Relative Strange Index. Den solltet ihr eigentlich alle kennen. Findet sich bei jedem Chart fast schon im Standard-Inventar wieder. Es ist ein Momentum-Indikator und er ist auch oszillierend. Das heißt, er bewegt sich anhand eines Basiswerts innerhalb einer Skala. Normalerweise 0 bis 100, aber eigentlich erreicht er die beiden Extreme nie. Sondern eher so 10 bis 90 vielleicht. Und in dem Video soll es erstmal darum gehen, ihn grundsätzlich vorzustellen und ein paar Tricks euch zu zeigen. Und dann werde ich wahrscheinlich in einem weiteren Video noch ein paar erweiterte Strategien zeigen. Also generell zeigt der RSI eben das Momentum an. Und zwar nimmt er dafür die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitabschnitt und mittelt diese. In der Standardeinstellung sind das die letzten 14 Zeitabschnitte, also Tage, Wochen oder Monate. Und er nimmt dazu den Schlusskurs. Das ist relativ wichtig. Da sage ich später noch was dazu. Ihr könnt oder ihr solltet vielmehr, wenn möglich, nicht irgendwelche Kaufentscheidungen alleine nach dem RSI treffen oder vielleicht überhaupt. Sondern es ist einerseits ein Lagging-Indikator. Das heißt, er ist nicht zeitaktuell zu den Charts, den ihr gerade betrachtet, weil er erst die Mittelwerte nehmen muss. Und das kann man ein bisschen tweaken, das zeige ich später. Aber ich verstehe ihn so und das möchte ich euch vielleicht zeigen, dass ihr ihn als Tool in einem Baukasten nehmt und ihn einfach zusätzlich zu anderen Indikatoren oder sonstigen Entscheidungen in eure Trade-Entscheidungen mit einfließen lasst. Und die Gefahr besteht einfach gerade bei jüngeren Tradern, dass sie in irgendwelchen Kursen oder in irgendwelchen Büchern oder wo auch immer lesen, dass man ganz einfach anhand des RSI verschiedene Kaufentscheidungen treffen kann. Und das ergibt eindeutige Signale und so weiter und dem ist einfach nicht so. Vielleicht dazu, der RSI kommt standardmäßig mit zwei Grenzlinien. Der ist einerseits beim 30er und einerseits beim 70er-Wert. Und man spricht unterhalb vom 30er-Bereich letztlich vom Oversault-Bereich oder überverkauftem Bereich und im oberhalb des 70er-Bereichs vom Overbought- oder überkauftem Bereich. Und wenn sich der Preis praktisch länger in diesen Bereichen bewegt, geht man davon aus, dass hier langsam die Käufer wieder erstarken, wenn wir im Oversault-Bereich sind und wenn wir nah oder über den Overbought-Bereich kommen, dass die Verkäufer langsam mal in Aktion treten sollten. Es ist jedoch nicht bei Leibe so, dass der Preis oder der RSI nur ganz kurzfristig in die beiden Zonen kommt, sondern er kann relativ lange dort verweilen. Das ist vielleicht auch eine falsche Annahme, die viele treffen. Man liest es auch ganz oft in irgendwelchen Chats oder hört es auch. Ja, der und der Kurs ist Overbought, das heißt sofort kommt ein Reversal und jetzt einsteigen und so weiter. Dem ist nicht so. Ich habe hier mal den SPY dazu genommen und wir sehen hier 30. Juni bis 6. Juli, also wir haben hier über einen Monat, in dem der SPY dieses Jahr in einem Overbought-Bereich gelandet ist und fast das gleiche hier im Oversault. Also es ist beileibe nicht so, dass wir nur ganz kurzfristig uns dort in den Bereichen befinden. Deswegen aufpassen. Es ist auch gefährlich, Trades zu beginnen, sobald man diesen Bereich erreicht. Das liest man auch ganz oft. Ja, wenn er Oversault ist, geht rein. Dann bleibt der Seite kurzfristig im Minus. Und dann gibt es einen Reversal und so könnt ihr eigentlich nur gewinnen. Da kann man sehr leicht in extrem roten Positionen, sowohl im Short als auch im Long-Bereich, sich wiederfinden. Deswegen würde ich davon abraten, wenn überhaupt, würde ich beim Verlassen einer Zone einen Trade eingehen. Das heißt, in diesem Fall zum Beispiel, wenn ich praktisch aus dem Oversault-Bereich rausgehe, starte ich einen Long-Trade und kann als weitere Grenze den Oversault-Bereich eingehen. Das funktioniert jetzt hier wunderbar. Das kann aber auch sein, dass wir relativ schnell wieder reversen. Wenn wir jetzt auf eine kleinere Zeit der Einheit hier gehen, dürften wir das eigentlich sehen. Ja, also hier sind wir praktisch sofort reversed. Dann kann man natürlich mit Stop-Limits arbeiten. Aber es ist auch nicht immer gegeben, dass wir da reversen. Und ganz wichtig, es ist keine direkte Widerspiegelung eures Preises. Also ihr seht zum Beispiel hier, das war der große Einbruch im August. Der RSI hat sich kaum in den Oversault-Bereich belegt. Der Kurs an sich hat aber schon massive Kursschwankungen im Vergleich, also für den SPY eben hinter sich gebracht, weil wir eben dem Momentum folgen. Es gibt jetzt keine starke Momentumsänderung oder große Beschleunigung, sondern seit diesem Zeitpunkt bewegen wir uns halt im Momentum nach unten. Genauso bewegen wir uns hier im Momentum nach oben. Wenn ihr nur den RSI betrachtet, würdet ihr auch nicht diesen doch relativ heftigen Anstieg euch betrachten. Das heißt, man muss immer sich überlegen, wir schauen uns nur das Momentum an und da brauchen wir eben noch zusätzliche Informationen. Diese 30-70-Geschichte ist auch eine Standard-Einstellung. Einige Forscher oder Experten gehen davon aus, dass man das auch ein bisschen tweaken sollte. Das muss jeder für euch selbst entscheiden. Wenn wir uns also in einem Bullenmarkt befinden, was wir ja gerade tun und vor allem, wenn wir uns Aktien anschauen, die in unserem Timeframe sowieso in einem Aufwärtstrenden sind, sagen viele, man sollte die Grenzen auf 40 bis 80 erhöhen. Und genauso, wenn wir uns in einem Bärenmarkt oder einem Abwärtstrend innerhalb der Aktie des Indizes oder was auch immer befinden, sollte man sie auf 70-20 reduzieren, sodass man da ein besseres Bild bekommt. Kann ja jeder mal ein bisschen backtesten und für sich entscheiden. Ich bleibe meistens bei den 30er und 70ern. Wofür sollte man also den RSI meiner Meinung nach nutzen? Ich nutze ihn eigentlich als Signalgeber. Das heißt, ich schaue mir an, wie er sich in Relation zu der Preisentwicklung verhält. Es kommen dann noch ein paar andere Sachen dazu, wie wir ergänzen, aber das kommt sicherlich im zweiten Video, weil das jetzt hier zu weit führen würde. Und ich habe für mich so ein paar kleinere Tricks gefunden. Das ist jetzt auch nichts weltbewegendes, aber vielleicht wissen es einige noch nicht, die mir helfen, die Betrachtung vom RSI zu vereinfachen und mir ein paar einfache Tools zu geben. Zum einen ist es so, ihr seht ja, wenn ihr euch das Ding anschaut, dass er relativ abgehackt ist. Also wir haben ganz scharfe Preisbewegungen, äh, Kursbewegungen des RSI, also vom Indikator relativ starke Bewegungen. Und das würde ja eigentlich, wenn man auf den ersten Blick drauf schaut, ganz, ganz starke Momentumsänderungen geben. Das kommt aber dadurch, dass wir uns diese 14 Tage anschauen. Ich persönlich bin jetzt eher ein Swing Trader, wenn ich nicht gerade scupe. Das heißt, ich schaue mir natürlich schon einen längeren Zeitraum an. Allerdings gehe ich ja eigentlich ganz gerne, wenn ich long gehen möchte, in einem Swing in Aktien rein, die eher im Oversault einerseits Bereich sind, aber auch gerade sowieso untergebeutelt sind, auch wenn es der RSI vielleicht nicht zeigt. Wenn Sie jetzt aber über die letzten ein, zwei Wochen, wenn ich mir das Daily anschaue, praktisch in einem Abwärtstrend sind, gibt mir der RSI ein eventuell falsches Signal. Oder wenn Sie erst vor drei, vier Tagen angefangen haben, stark runterzubrechen wegen verfehlten Earnings oder wie auch immer, sehe ich das noch nicht unbedingt im RSI und vielleicht in anderen S-Ozillatoren auch nicht. Aber das könnt ihr euch dann selbst adaptieren. Was ich dann ganz gerne mache, ich passe den RSI an in der Länge. Und zwar gehe ich meistens so zwischen 8 und 10, ist auch wieder individuelle Sache. Könnt ihr euch anschauen und ihr seht, dass der RSI jetzt schon mal ein bisschen deutlicher wird in den Auswüchsen. Also wir haben jetzt relativ größere Sprünge, weil sich natürlich der Moment in der verkürzten Zeit ändert. Jetzt haben wir aber immer noch die starken Kanten drin, was sogar noch stärker geworden ist, weil wir uns weniger Mittelwerte bilden. Und was man da noch machen kann, ich habe ja am Anfang gesagt, praktisch von der Mathematik her, schaut sich der RSI in der Standardeinstellung die Schlusskurse an. Jetzt können Schlusskurse natürlich extrem variieren, gerade wenn wir einen starken Abwärtstrend, Aufwärtstrend haben oder wenn Earnings anstehen oder wenn wir von Freitag auf Montag. Das heißt, hier haben wir sehr hohe Varianzen drin. Ihr könnt diesen Input ändern, zumindest in TradingView, muss da auch in euren anderen Chartsoftwaren gehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, entweder die einzelnen, also Open, High, Low, Close oder eben eine Kombination, High, Low, High, Low, Close oder was ich ganz gerne nehme, Open, High, Low, Close. Und jetzt seht ihr, dass mein Kurs schon mal viel runder wurde und er auch einen gewissen anderen Moment hat. Warum ist das so? Jetzt schauen wir uns, auf den größeren Zeiträumen sieht man es besser, wir schauen uns jetzt einfach im Prinzip den Mittelwert des Tages an, weil wir uns eben den Open und den Close Kurswert anschauen, den High und den Low, also Tageshigh, Tageslow und davon einen Mittelwert bilden und das dann nochmal in meinem Fall der zehn letzten Zeitabschnitte gemittelt. Und das gibt ein wesentlich besseres Abbild des Kurses und sagt mir einfach mehr zu. Und um jetzt noch ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass wir eine falsche Einschätzung vom Oversault Overboard bekommen oder eine falsche Einschätzung vom Moment, lege ich noch ganz gerne Mittellinie in den RSI und zwar bei 50, logischerweise. Und jetzt kann man so als ungefähren Gradmesser sagen, alle Aktionen im RSI, die über der Mittellinie existiert, ist Bullish und alle darunter ist Bearish. Und jetzt kann man auch sagen, dass das eventuell auch teilweise als quasi Resistance und quasi Support agieren kann. Da gehe ich später im zweiten Video auch noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber so könnte man eigentlich also die Trades etwas besser planen. Wenn wir jetzt auf eine kleinere Zeiteinheit gehen, die Rundung haben wir jetzt auch hier schön drin, kann ich praktisch hier mal einen Trade beginnen und wenn ich hier oben aus welchen Gründen auch immer nicht verkaufen möchte, kann ich beim wiederum Berühren des Ganzen, des Mittelbandes oder der Mittellinie wieder rausgehen und habe trotzdem Gewinn gemacht. Im RSI hat sich natürlich nicht viel getan. Ich habe immer noch 50, aber im Kurs hat sich was getan, weil ich über diesen Zeitraum in einem bullischen Moment war. Ja, schauen wir mal ganz kurz. Das heißt immerhin 0,63, also 2,78 Punkte, wenn ihr mit Calls missbearbeitet, ist das ein ordentlicher Gewinn. Aber hier könnt ihr euch praktisch die Kaufentscheidungen und allgemein die Betrachtung des RSI ein wenig vereinfachen, indem ihr einfach so eine Mittellinie reinbaut und das einfach so ein bisschen handhabt. Mir ist einfach wichtig, dass ihr das Ding nicht alleine betrachtet, dass ihr immer weitere Indikatoren dazu nehmt und auch nicht unglaublich viel Gewicht in den RSI legt. Das liest man einfach ganz oft und manche, ja, die RSI Trading Strategie, ihr braucht nur den Indikator und könnt damit alles traden und der sagt euch praktisch die richtigen Entries und Exits und so ist es einfach nicht. Einerseits leckt er, das haben wir jetzt ein bisschen durch die Verkürzung der Zeitabschnitte wiedergegeben. Andererseits gibt er sehr harte Kanten, das haben wir jetzt durch die Bestimmung des Inputs verändert. Und er gibt auch ein falsches Bild ab, wenn ihr nur auf Oversault, Overboard schaut. Deswegen haben wir die Mittellinie dazu genommen. Das jetzt vielleicht mal als einzelner Abschnitt. Es ist immer, finde ich, ein gutes Tool, um nochmal zu verifizieren, lohnt sich. Also kann ich jetzt aufgrund anderer Entscheidungen, die ich aufgrund anderer Indikatoren getroffen habe, jetzt tatsächlich ein Trade dort starten. Dann schaue ich nochmal, okay, schaue ich auch noch auf andere Oszillatoren vielleicht. Aber das gibt mir eine bessere Einschätzung. Und ja, als letztes wirklich, was ich auch nochmal betonen möchte, ein Kurswert eines darunterliegenden Produkts kann sehr, sehr lange im Oversault und sehr, sehr lange im Overboard-Bereich bleiben. Länger als man denkt, länger als man sich teilweise wünscht und deswegen auch nicht einfach nur auf diese beiden Faktoren achten. Ich hoffe, das war jetzt eine relativ komplexere Einführung in den RSI und dass es euch ein bisschen was gebracht hat. Ich gehe in einem zweiten Video, was ich aber heute wahrscheinlich nicht mehr schaffe aufzunehmen, auf verschiedene Charting-Möglichkeiten innerhalb des Indikators ein und auch, welche Indikatoren man auf den Indikator eventuell dazunehmen kann, um noch ein besseres Bild zu bekommen. Aber dafür gibt es ein anderes Video und lassen wir es mal gut sein. Vielen Dank. Wenn es euch was gebracht hat, kommentiert. Wenn euch was fehlt, auch gerne. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und bis bald. Ciao, ciao.